Es freut mich, dass wir heute unser Studium über die Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft fortsetzen können. Wir haben in den vorigen Stunden gesehen, dass Gott den Menschen liebt, dass Gott den Menschen gewinnen möchte zurück, dass er ihm wieder vertraut. Wir haben gesehen, dass das Misstrauen die Verbindung zu Gott unterbrochen hat, dass das Misstrauen all dieses Übel gebracht hat auf diese Welt, was wir so um uns herum sehen. Und Gott möchte jetzt durch einen Menschen sich so darstellen, dass der Mensch zu ihm Vertrauen haben kann. Dafür hat er seinen Sohn vom Himmel gesandt, der kam und das perfekte Vorbild war für den Vater, der sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und so schickt er dann seine Jünger und somit auch uns heute nach 2000 Jahren, um dieser Welt etwas zu bringen, was den Unterschied macht in dieser Welt, nämlich die Liebe Gottes, damit sie ihm nach Möglichkeit vertrauen und wieder gewonnen werden fürs Leben und für die Ewigkeit. Die Rolle also der Gemeinde in der Gesellschaft ist, Gott darzustellen, seine Liebe zum Menschen zu offenbaren und damit die Möglichkeit zu schaffen, dass der Mensch Gott wieder vertraut. Wir sind heute so weit gekommen, dass wir das Vorbild Jesu, das heißt seine Methode betrachten. In der letzten zwei Stunden haben wir gesehen, dass Jesus nicht nur die Methode ist, er ist auch das Mittel. Er kennt auch den Menschen und weiß, wie er ans Herz des Menschen anklopfen soll, damit er sich nach Möglichkeit öffnet. Wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass die erste methodische Anwendung seines Lebens war, dass er zu uns kam, dass er sich unter uns mischte und mit uns kommunizierte. Er baute zunächst eine Beziehung auf zu uns und diese Beziehung war nicht irgendwie an die Person des Anderen gebunden. Das heißt, es war unabhängig, ob der Mensch ein Jude oder ein oder ein Ägypter war, Jesus hat sich allen Menschen gleich geöffnet und offenbart. Er war also nicht derjenige, der nach dem Gesicht des Menschen ging oder nach seinen Taten. Nein, er mischte sich unter das Volk. Und interessanterweise ist das die Bösen sozusagen in der Gesellschaft, die, die nicht angesehen sind, die Zöllner, die Sünder, die Huren, die Menschen mit einem schwierigen Charakter, die, sie sind angezogen von Jesus und sicherlich auch die Kranken, alle die in Not sind, sie scharen sich um ihn herum, um von ihm das zu nehmen, was er gekommen war zu geben. Also das Erste in der Methode Jesu ist, er mischte sich unter das Volk. Und so sollten auch wir die Menschen suchen, uns unter sie mischen, etwas mit ihnen tun. Aber wir können jetzt uns natürlich zu den Menschen gehen und unter sie mischen mit zwei Grundsätzen. Entweder wir suchen die Menschen, weil wir unseren Club vergrößern wollen, das heißt aus eigenen oder selbstsüchtigen Interesse oder wir suchen die Menschen, ohne dass wir ein selbstsüchtiges Interesse haben, sondern vom Grundsatz der Selbstlosigkeit haben. So schauen wir uns diese zwei Grundsätze an, wie sie in der Realität aussehen. Wenn wir den Grundsatz der Selbstlosigkeit betrachten, dann haben wir dort als erstes Gott. Wir wissen, von ihm geht alles aus. Er ist der Anfang und wir wissen auch das Ende. So der Grundsatz der Selbstlosigkeit beginnt in Gott, weil Gott Liebe ist und selbstlos. Und jeder, der von Gott nimmt, das heißt sich nach Gott orientiert, der wird genauso selbstlos wie er. Geht gar nicht anders. Wer von Gott nimmt und wir wissen, dass zwischen dem Nehmen oder vor dem Nehmen das Vertrauen kommt. Da, da dazwischen ist Vertrauen. Wenn wir Vertrauen Gott und von ihm nehmen, dann geschieht etwas mit unserem Leben. Wir werden erfüllt dadurch, dass wir es den anderen weitergeben. Da ist die Gesellschaft, da ist die Umwelt. Sie alle können Nutznießer sein von dem, was wir von Gott genommen haben und ihnen anbieten, ihnen geben. Dieser Prozess des Gebens führt zur Erfüllung, zur Zufriedenheit, zur Freude und zur Gesundheit des Menschen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir geben, das, was wir von Gott genommen haben, dann sind wir gesund, dann sind wir fröhlich. Das hat eine Wirkung auf uns selbst, weil der Ausgang des Geistes ist der Eingang in den Körper. Und wenn der Geist von Gott nimmt und das fröhlich den anderen Menschen weitergibt, nichts für sich zurückbehält, was er von Gottes Gaben hat, bekommen schon von Geburt an, aber auch, was er sich selbst geholt hat von Gott, all das weitergibt an den Menschen, an seine Umwelt, dann führt das zu seiner eigenen Erfüllung. Aber es führt nicht nur zu seiner eigenen Erfüllung, es führt auch zu einer Frucht. Und ich habe sie hier die Frucht des Geistes genannt. In der Bibel wird das die Frucht des Geistes Gottes genannt, weil der ganze Prozess läuft ja letztendlich über den Geist Gottes ab. Ich kann durch den Geist Gottes von Gott nehmen und durch den Geist Gottes gebe ich weiter. Und so muss letztendlich die Frucht am Ende eine Frucht des Geistes Gottes sein. So, das, was wir also geben, ist nicht nur eine Erfüllung, dass unser Körper gesund ist, sondern das, was wir weitergeben und tun, bringt Frucht in den anderen Menschen, bringt Frucht in der Umwelt. Und das ist die Frucht, die Gott erwartet von seinen Dienern. Er will, dass wir Frucht bringen. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Eine jede Rebe, die an mir bleibt und von mir nimmt, wird Frucht geben. Das heißt, sie wird Frucht bringen. Und diese Frucht ist entscheidend. Und wenn die Rebe keine Frucht bringt, dann wird sie abgeschnitten. Weil das Ziel Gottes mit allem, was er tut, ist, Frucht zu bringen. Es muss was bringen, die Selbstlosigkeit. Sie schafft was. Sie schafft Frucht, Segen, einem jeden rundum. Und ich erwähne das immer wieder, weil es so ein leichtes Bild ist, das wir verstehen können vom Wasserkreislauf, wie das Wasser von dem Weg aus dem Meer, bis es wieder ins Meer zurückkommt, eine enorme Frucht hinter sich lässt. Weil es nimmt und gibt weiter. Und es gibt, ohne aufzuhören, bis es wieder in das Meer zurückfließt. Dieser Kreislauf ist fruchtbringend. So auch das Wort Gottes, das von Gott ausgeht, kommt nicht leer zurück. So alles, was wir also von Gott nehmen und geben, wird nicht leer bleiben. Es wird eine Frucht bringen. Nicht nur, dass es uns glücklich macht und wir gesund sind, sondern es wird eine Frucht bringen, die äußerlich an den anderen Menschen sichtbar sein wird. So das Ziel ist die Frucht. Gott tut nichts ohne ein Ziel. Und auch wir als Gemeinde haben nicht einen Auftrag bekommen, um nicht auch ans Ziel zu kommen. Das heißt, dass dieser Auftrag nichts bewirkt. Er muss etwas bewirken. Er muss die Frucht des Geistes bewirken, weil er ist ja letztendlich geistgewirkt. Und unser Geist nimmt von Gottes Geist und geben es weiter über unseren Körper. Damit wird der Körper gesund. Der Geist ist erfüllt. Der Körper ist voller Kraft. Der Geist ist fröhlich dadurch. Und die Gesundheit ist das Ergebnis für den Körper. Und der Erfolg, dass die Menschen davon profitieren, es annehmen, übernehmen, ist letztendlich die Frucht. Das ist so im Großen der Grundsatz der Selbstlosigkeit. Schauen wir uns das an, was dieses Ganze bewirkt. Das alles bewirkt das Leben. Das ist das, was von Gott ausgeht. Das ist das Leben, was letztendlich auch eine Frucht ist. Aber die ganzen Prozesse gehören zum Leben dazu. Und sie erhalten das Leben in aller Ewigkeit. Und jetzt wollen wir uns den Grundsatz der Selbstsucht anschauen. Er hat dieselben Tätigkeiten. Aber schauen wir uns doch mal die Reihenfolge an. Denn da, am Anfang, stehe ich. Am Anfang bin ich. Ich denke, ich bin Gott. Und ich bin, wenn ich Gott bin, steht am Anfang nicht nehmen, sondern geben. Ich bin ein fröhlicher Geber, weil ich habe ja genug zu geben. Und ich gebe denen um mich herum. Aber warum gebe ich ihnen denn? Ich gebe ihnen, damit etwas zu mir zurückkommt. Damit ich es selber nehmen kann. Ich tue alles, was es geht. Damit ich bekomme die Liebe, die Anerkennung, den Dienst der anderen. Ja, ich gebe genauso fröhlich wie in dem anderen. Aber ich denke, ich gebe von mir. Also schuldet mir die Gesellschaft, etwas zurückzugeben. Würde ich nichts von mir geben, hätte die Gesellschaft keine Schuld mir gegenüber. Nur ich für sie etwas zu tun. Ansonsten denke ich, die Gesellschaft, der andere schuldet mir seinen Respekt, seine Liebe, seine Danksagung. So die Selbstsucht gibt von sich und erwartet deshalb, fordert sogar ein, dass das, was man gegeben hat, zu einem zurückkommt. Das Ergebnis ist die Frucht des Fleisches. Und wie geht es mir dabei? Mir geht es miserabel. Ich bin unzufrieden. Ich bin zornig. Und ich bin krank. Warum? Weil, dann, wenn ich nicht zurückbekomme, solange alles gut zurückfließt zu mir, solange ich denke, ich bin der Anfang und ich bin der Sender. Ja, alles muss zu mir zurückkommen. Damit muss ich ja derjenige sein, der der Nutznießer des Ganzen ist, weil das ja alles von mir anscheinend ausgeht. Also, wenn ich nicht bekomme, wenn das, was ich so großzügig von mir gegeben habe, nicht zurückkriege, dann muss ich es einfordern. Dann muss ich zornig sein. Dann bin ich unzufrieden. Dann muss ich schreien und streiten. Und dann folgt darauf die körperliche Krankheit. Weil ich versuche, den anderen zu zwingen, mir das, was er schuldet, wiederzugeben. Das ist der Kreislauf, der letztendlich nichts anderes als der Tod ist. Er kann nichts anderes sein. Weil von uns selbst geht kein Leben aus. Egal, was zu uns zurückkommt, es geht nicht von uns aus. Wir sind nicht da, um von irgendjemandem etwas zu fordern. Nein, wir sind nur da, um der Gesellschaft, der Umwelt etwas zu geben. Als Gott den Menschen schuf, hat ihn zum Herrscher gemacht. Selbstsucht, das heißt zum Geber der Güter, die Gott ihm gegeben hat, zur Verfügung gestellt hat. Und darum sollte der Mensch ein Geber sein, so wie Gott ein Geber ist. Aber das Geben am Ende, nicht am Anfang. Und nicht von mir, sondern von Gott. Dieser Grundsatz der Selbstsucht ist ein sehr widersprüchliches Ding. Man kann ihn nicht wirklich erklären, aber so läuft er ab. Der Startpunkt ist bei mir, weil ich denke, ich bin Gott. Also muss ich auch alles für mich zurückbekommen, weil ich es ja sozusagen getan habe. Aber ich erkenne nicht, dass ich nicht Gott bin und ich nichts geschaffen habe. Und nicht als Mensch von mir selbst geben kann. So, das sind die zwei Grundsätze. Und wir als einzelne Menschen, als Gemeinde, können natürlich rausgehen. Und woher wissen wir, welcher Grundsatz uns steuert? Woher wissen wir, aus welchem Grund tue ich, was ich tue? Ich denke, man kann es zusammenfassen durch zwei ganz, ganz wichtige Merkmale, die die zwei Grundsätze unterscheiden. Der erste Grundsatz ist der der Selbstlosigkeit. Der sagt nichts anderes. Ich handle im Auftrag Gottes. Das ist so, wie uns Gott geschaffen hat. Ich habe dich getan, dass du in meinem Auftrag hier auf der Welt deine Pflicht tust, als Herrscher, als der, der alles versorgt, was ich dir untergestellt habe. Das heißt, der Grundsatz der Selbstlosigkeit ist im Auftrage Gottes Arbeit. Der Grundsatz der Selbstsucht ist im eigenen Auftrag arbeiten. Für sich zu arbeiten. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Patienten und auch einem guten Freund. Und er ist ein wenig ein Künstler. Er kann sehr schön die Dinge zusammen basteln und machen. Und er hat viel Freude daran, das zu tun. Und dann fragt er mich, ja, was soll ich tun, wenn mein Nachbar kommt und sagt, das gefällt mir, mach mir auch so etwas. Wie soll ich handeln? Was soll ich tun? Nun, es kommt darauf an. Für wen hast du getan dein künstlerisches Werk? Und die Antwort ist für mich, weil ich Spaß habe. So, dass die Arbeit in Gottes Weinberg Spaß macht, ist ganz klar. Sie bringt Erfüllung. Aber ich muss wissen, in welchem Auftrag handle ich. Handle ich für mich? Dann wird das, was ich tue, letztendlich Frust bringen. Wenn der Nachbar es nimmt, mir aber nicht genug dafür zahlt. Dann werde ich frustriert sein. Oder wenn ich nicht einen Preis verlangen kann, den ich denke, vor Gott gerechtfertigt ist. Weil jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Aber ich habe es nicht für den Nachbarn getan. Ich habe es auch nicht für einen Lohn getan. Sondern ich habe es getan, weil Gott mir diesen Auftrag gegeben hat, es für ihn zu tun. Was glaubt ihr, wie viele Missionare sind im Auftrag Gottes unterwegs? Und wie viele sind in ihrem eigenen Auftrag unterwegs? Oh, es gibt so viele Menschen, die voller, ich sage jetzt mal, voller Eifer rausgehen an die Menschen. Und in ihrem Eifer wollen sie das Gute den Menschen bringen. Genau denselben Eifer habe ich auch. Und ich möchte gern, dass jeder meiner Patienten gesund wird. Ich möchte allen die gute Botschaft der Gesundheit weitergeben. Aber woher weiß ich, was mich steuert? Woher weiß ich, welche Motivation, welcher Grundsatz an der Basis meines Handelns ist? Ihr seht, die Handlungen können gleich sein. Ich tue etwas Schönes. Aber für wen? In wessen Auftrag tue ich es? Und so gibt es viele selbsternannte Missionare. Viele Menschen, die eine Idee haben, die da rausgehen, weil sie wollen sich selber darstellen. Und der eine stellt sich natürlich dar mit seinem Geschäft und der andere stellt sich dar als Missionar. Aber letztendlich ist es dieselbe Darstellung. Weil man wird vom selben Grundsatz geprägt, es für sich selbst zu tun. Jesus kam auf diese Welt, um es nicht für sich selbst zu tun. Er kam und lebte von seiner Geburt bis zu seiner Auferstehung und seitdem ständig, immer, um zu geben. Er hat immer aus dem Vater genommen, immer durch den Vater gearbeitet, immer vom Geist Gottes erfüllt gehandelt. Er war immer im Auftrag Gottes unterwegs. Nie in seinem eigenen. Und deshalb müssen wir uns fragen, in wessen Auftrag bin ich unterwegs? Und wir werden sehen gegen Ende. An der Frucht wird man den Unterschied sehen. An der Frucht sieht man, ob die Taten, die wir getan haben, letztendlich aus Gott stammen oder aus dem Menschen. Aber schauen wir uns, bevor wir dahin kommen, das Beispiel unseres Heilandes an. Er kommt auf diese Welt und sicher, er spricht von sich in Johannes 5, 19 und an vielen anderen Bibelstellen. Denn wahrlich, 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 ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Damit bringt er den ganzen Grundsatz der Selbstlosigkeit zutage. Jesus sagt, ich und der Vater bin eins. Nicht eins im Wesen, das heißt in der Person, sondern eins im Handeln. Ich als Sohn Gottes, als Mensch auf dieser Erde, habe in mir selbst nichts, woher ich nehmen soll. Ich handle aus meinem Vater heraus. Ich kann aus mir selbst nichts tun. Jesus hat keine einzige Tat aus sich oder für sich getan. Alles, was er tat, war in Erfüllung des Auftrags, den Gott schon dem Adam gegeben hatte, nämlich zu dienen, für die anderen da zu sein. Und in diesem Beispiel, in Johannes 5, da geht es ja darum, dass man ihn anklagt. Und die Anklage lautet, du heilst am Sabbat. Du tust am Sabbat etwas, was nach dem jüdischen Tradition verboten ist, nicht nach dem Gesetz Gottes. Jesus kannte das Gesetz sehr gut und hat es erfüllt. Er hat gesagt dem Hebräer, ich bin gekommen, dass ich das Gesetz erfülle, dass ich es halte, dass ich es tue. Und Jesus wusste, was das Sabbatgebot bedeutet. Und hier wird er angeklagt. Hier kommen die Menschen auf ihn zu und sagen ihm, du hast dem Mann gesagt, er soll sein Bett tragen am Sabbat. Er trägt eine Last am Sabbat. Und du hast ihn geheilt. Und jetzt muss Jesus dem Ganzen irgendwie begegnen. Und er begegnet ihm mit dem Grundsatz der Selbstlosigkeit. Er sagt, ich habe es nicht aus mir getan. Ich habe es zwar getan, aber ich habe es getan, so wie ich gesehen habe, der Vater tut es. Weil im letzten Wort, im letzten Satz sagt es, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. So wenn mein Vater arbeitet, das ist der Text kurz bevor in Johannes 5, und tut das Werk und arbeitet am Sabbat, so tut der Sohn das auch. Er tut natürlich ein Werk, das, wozu der Sabbat gemacht ist. Er tut nicht ein Werk, wozu der Sabbat nicht gemacht ist. Und so ist für Jesus ganz klar, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich habe es nicht aus mir getan. Ich habe es aus meinem Vater heraus getan, weil ich es von meinem Vater abgeguckt habe und ich habe es im Auftrag meines Vaters getan. So geht doch zu meinem Vater. Beklagt euch bei ihm. Jesus ist sehr deutlich. Er zeigt, dass alles, was er tut, er sich nach dem Vater richtet. Das ist der Grundsatz der Selbstlosigkeit. Das ist der Grundsatz des Lebens im Allgemeinen. Schauen wir uns noch ein anderes Beispiel an aus dem Leben Jesu. Wir haben hier das Prinzip der Selbstlosigkeit, das im Leben Jesu völlig deutlich und klar zum Vorschein kommt. Er nimmt von Gott und er gibt an die Gesellschaft und daraus erwächst die Frucht. Und jetzt schauen wir uns ein Beispiel an aus Markus 1, Abvers 35. Der Tag beginnt am Morgen sehr früh. Steht so. Am nächsten Morgen, als es noch ganz dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Und er sagte zu ihnen, lasst uns in die nächste Stätte gehen, damit ich dort auch predige. Denn dazu bin ich gekommen. So ist doch ganz verständlich. Jesus geht am Morgen, am Anfang zu seinem Vater, zu Gott. Und das Nehmen von Gott ist nichts anderes als das Gebet. Es ist die Orientierung nach Gott. Und so hat Jesus jeden Morgen den Plan für den Tag von seinem Vater bekommen. Er hat nichts getan in eigenem Auftrag. Oder aufgrund dessen, was die Jünger oder die Gesellschaft von ihm forderte. Er hat nicht der Gesellschaft gefolgt nach ihren Forderungen. Sondern er hat sich nach den Vorgaben, nach der Forderung, kann man sagen, des Vaters gerichtet. So, Jesus betet. Er braucht seinen Vater. Er braucht die Kraft, weil er betet ja als Mensch. Er ist ja Mensch auf dieser Welt. Und er geht zu Gott und er nimmt das. Und Gott hat ihm klargemacht, heute gehen wir anderswohin. Heute ist die Not anderswo größer wie hier in Kapernaum. Auch wenn dort die Leute warten und aufgewacht sind und wieder etwas von Jesus wollen, sagt er, ich gehe heute anderswohin. Und so sagt er, ich muss auch anderswohin gehen und predigen. Und das tut er. Er geht nicht zurück, sondern er folgt der Anweisung seines Vaters. Er geht auch in eine andere Stadt zum Predigen. Und er predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und bat ihn, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus, von Mitleid bewegt, steckte die Hand aus, rührte ihn an und sagte, ich will, sei gereinigt. So, wir sehen, als Jesus predigt, hat er natürlich die Erfüllung, dass er des Vaters Auftrag erfüllt. Aber da sind die Menschen um ihn herum. Was passiert mit ihnen? Da sind die Kranken und sie werden geheilt. Die Dämonen werden ausgetrieben, die Kranken werden geheilt. Und das ist die Frucht, die entsteht aus dem, was Jesus tut. Nach wem richtet er sich? Er richtet sich nicht nach dem Kranken selbst, sondern er richtet sich nach der Liebe Gottes. Er sieht den Aussätzigen an. Der Aussätzige hat eine Not. Der Aussätzige ist ein Gläubiger. Und Jesus ist voller Mitleid und sagt, wieso sollte ich dich nicht heilen? Und er rührte ihn an und er ward gesund. Dieser Grundsatz hat Jesus in allen seinen Taten gezeigt und offenbart. Er kam, um das Beste des Anderen zu suchen. Er kam nie, um sich selbst zu suchen. Er war derjenige, der von morgens bis späts Nacht immer nach seinem Vater gewandelt ist. Und dadurch, dass er von seinem Vater nahm und sich nach seinem Vater richtete, konnte er den Anforderungen und Forderungen des Menschen mit Liebe begegnen. Sonst hätte er anders gehandelt. Wie konnte Jesus, als die Martha zu ihm kommt und sagt, schaffe mir Recht, denn Maria hilft mir nicht. Der Martha antworten und nicht die Maria zurechtweisen. Wieso konnte Jesus, als der Mann kommt, dessen Bruder ihm das Erbe genommen hat und sagt, Herr, schaffe mir Recht, mein Bruder hat mir das Erbe genommen. Wieso konnte Jesus sagen, wer hat mich gesetzt zum Richter über euch? Schaut, dieser Ausdruck, wer hat mich gesetzt? Hat sein Vater ihn dazu nicht gesetzt? Dann tut er es nicht. Wir finden im ganzen Evangelien, im Johannes-Evangelium besonders, im Kapitel 17, wie Jesus immer sagt, er handelt aus der Vollmacht des Vaters heraus. Wegen der Vollmacht, die ihm der Vater gegeben hat. Das ist es, was sein Handeln hervorbringt. Also kommt in jedem seiner Handeln die Liebe Gottes hervor und die bringt Frucht. Sie bringt Heilung. Sie bringt Glück und Freude. Man muss nur erinnern an den Mann, dem er sagt, deine Sünden dir vergeben. Und er sagt ihm, steh auf, nimm dein Bett und gehe, wie er fröhlich seinen Weg geht. Und wie er den Blinden heilt in den zwei Schritten, wie er alles tut. Wir werden uns das Beispiel nochmal ein bisschen näher anschauen. Wie er alles tut aus dem Vater heraus zum Guten des Menschen. Was für ein Gegensatz ist da der Grundsatz der Selbstsucht, welcher nichts anderes als der Tod ist. Hier sehen wir ein furchtbares Durcheinander. Dass der Mensch denkt, er ist Gott und er kann aus sich selbst etwas tun, ist natürlich katastrophal. Aber der Mensch tut es ja, weil er denkt, es ist richtig. Er hat ja eine gute Absicht. Wir haben in der Bibel oder in dieser Betrachtung heute das Beispiel des Jona. Warum geht der Jona nach Ninive letztendlich? Ja, er ist bekehrt, er geht. Gott zwingt ihn nicht, er geht freiwillig. Aber er hat immer noch in seinem Herzen einen Teil dort, wo er meint, diese Menschen verdienen den Tod. Sie verdienen die Vernichtung. Er ist nicht gnädig zu ihnen. Er geht nicht mit Liebe ihnen nach, sondern er will und er stellt sich dar als Richter. Als Gott ihn fragt, Jona, zürnst du zurecht? Dann antwortete Jona, ja, Herr, ich zürne zurecht. Er wusste nicht, aus welchem Grundsatz er handelte. Er hat letztendlich getan, was sein Auftrag war. Aber was war in seinem Herzen? Und Gott wollte ihm das offenbaren. Es ist das Prinzip der Selbstlosigkeit in der Geschichte des Jona, kommt so schön zum Tage. Als er dort sitzt, lässt Gott diesen Baum wachsen und dann lässt er ihn auch wieder austrocknen. Und dann guckt er und lässt den Wind kommen, dass der Jona die Hitze spürt. Und dann ist der Jona matt und zermürbt. Und dann sagt ihm Gott, Jona, warum bist du matt und zermürbt? Ja, ich habe keinen Schatten. Warum hast du keinen Schatten? Und du hast doch nichts getan, dass dieser Baum gewachsen ist. Und bist unglücklich, wenn er jetzt nicht mehr da ist? Ich, der ich diese Stadt gemacht habe, diese 120.000 Menschen plus das Vieh, soll ich es einfach so zerstören, ohne ihnen eine Chance zu geben, erlöst zu werden? Jona, du ärgerst dich über etwas, was du nicht getan hast. Du hast nichts an dem Strauch gemacht, aber wenn er nicht mehr da ist, bist du böse. Du verstehst nicht. Ich habe diese Menschen gemacht. Und ich will ihr Bestes. Und ich habe dich ausgesucht. Du bist der Vertreter von mir, dass du ihr Bestes suchst. Und was suchst du? Du suchst eine Zerstörung, ohne dass du Rücksicht nimmst, auf wie viel diese Menschen wissen oder nicht. Weil Gott sagt, die wissen nicht, wo links und rechts ist. Der Jona hat und zürnt über etwas, was ihm nicht gehört, wenn er es verliert. Deshalb ist es ja ihm auch nicht sehr wichtig, ob die Menschen in Nineveh überleben oder nicht. Ihm ist wohl nur wichtig, die sind Sünder, sie sind ungerecht, sie haben das und das Böse getan, sie verdienen die Strafe. Gnade und Liebe sind da nicht drin, in Jonas' Herzen. Und Gott möchte, dass es reinkommt. Er möchte seinem Diener helfen. Wie viel Diener hat Gott? Ich meine in Anführungsstich klein. Die mit dem Schwert durch die Welt gehen. Die schneiden und hauen und alles niedermetzeln. Sie mögen Recht haben, auf der Seite des Rechts, dass die anderen Falsches tun. Aber wo ist denn die Gnade? Gerechtigkeit und Gnade ist das Mittel, was die Menschheit braucht, damit wir ihn wieder zurückerwinnen. Mit dem Schwert wird niemand gewonnen. Mit dem Schwert wird nur Gericht gehalten. Und Gott bringt und drückt seine Gerechtigkeit aus an den Iniviten durch Jona. Aber er will sich ja dadurch erlösen, nicht zerstören. Jona ist derjenige, der an Gottes Stelle steht und sagt, die verdienen den Tod. Dabei geht es ihm nicht um die Menschen dort. Es geht ihm nur ums Recht. Oh, wie viele Christen sind heute unterwegs, denen es nur ums Recht geht. Die nicht verstanden haben das Gemisch zwischen Recht und Gnade. Die nicht verstanden haben, wie die zwei Dinge zusammenarbeiten sollen. Ja, ich soll Recht handeln, aber ich soll Gnade haben mit dem Sünder und ich soll ihn rufen zur Buß, wie wir in der letzten Betrachtung gesehen haben. Ich gehe und suche ihn, damit ich ihn rufe zur Buß, nicht um ihn zu zerstören. Jesus hat Jona nicht gesandt nach Niniveh, um eine Zerstörungsbotschaft zu bringen, sondern eine Erlösungsbotschaft. Aber er musste den Menschen vor die Konsequenz hinstellen, so wie er den Kain gestellt hat und gesagt hat, wenn du fromm bist, dann bist du angenommen. Wenn du aber nicht fromm bist, dann lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. So sendet Gott den Jona und sagt, geh zu den Iniviten, sie sollen doch erlöst werden. Sie sollen wissen, ihr Leben ist nicht richtig. Sie rennen in den Tod, aber ich will sie noch einmal warnen. Und der Jona geht, aber in wessen Auftrag. Es scheint ja so, dass er in Gottes Auftrag geht. Ja, Gott schickt ihn dahin. Er erfüllt auch sein Werk. Er ist auch letztendlich erfolgreich, obwohl sein Herz erhebliche Mängel aufweist. Und Gott will auch sein Herz komplett reinigen von der Selbstsucht. Man ist nicht auf einmal frei von ihr. Man kann gewisse Taten tun aus Gott heraus, wenn man andere immer noch aus sich selbst heraus tut und sich dessen nicht bewusst ist. So muss Gott im Leben des Jona die Not bringen, um zu zeigen, Jona, du zürnst zu Unrecht. Jona, du hast die Gnade fehlt dir für diese sündigen Menschen. Du magst Recht haben mit der Gerechtigkeit. Du magst Recht haben, diese Menschen haben das verdient. Aber sie sind unwissend. Sie wissen nicht, wo links und rechts ist. Sollen wir nicht gnädig mit ihnen sein und ihnen noch eine Chance geben zur Buße. Oh, dass doch der Christ verstände, das Gemisch zwischen Gerechtigkeit und Gnade. Sie schließen sich nicht aus. Nein, sie arbeiten wunderbar zusammen. Aber nicht im Grundsatz der Selbstsucht, sondern im Grundsatz der Liebe und der Selbstlosigkeit. Wir haben unzählige Beispiele in der Heiligen Schrift von Menschen, die aus sich heraus gehandelt haben. Die meinten, sie sind im Auftrag Gottes. Wie viele falsche Propheten waren in Israel und wie viele hatte Gott gesandt? Ich frage mich manchmal, ob der prozentuale Anteil des Falschen und der Guten, Verkündiger sage ich jetzt mal nicht Propheten, aber nehmen wir als Beispiel, Verkündiger oder Propheten, sind denn in der Welt unterwegs, die sich als Christen ausgeben, aber letztendlich Wölfe im Schafspelz sind. Haben wir, kenne ich mich, weiß ich den Unterschied, ob ich daraus gehe für Jesus, für Gott oder für mich selbst. Geht es um meine Selbstverwirklichung oder geht es um die Verwirklichung des Planes Gottes? Die Bibel sagt ganz deutlich, woran wir erkennen können, ob wir im richtigen Auftrag unterwegs sind oder im falschen. Und das ist ein Bibelvers, den wir alle kennen, der sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und das sagt Jesus in Matthäus 7, abwärts 15. Da sagt er, nehmt euch in Acht vor dem falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen, von Dornen oder Feigen, von Disteln. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. So werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. So, das Fruchtprinzip ist entscheidend, dass wir es verstehen, dass wir wissen, wie sollen wir das erkennen, ob wir richtig sind oder falsch. Und auch erkennen, wie viele hat denn Gott da draußen im Prozentsaal an richtigen und an falschen Propheten. Und der richtige und der falsche unterscheidet sich nicht einmal in der Botschaft letztendlich, sondern wer ihn gesandt hat. Die Worte mögen außerlich gleich sein und dennoch meint der eine eines und der andere was anderes. So schauen wir uns an, wie entsteht Frucht überhaupt? Kann Frucht von sich aus kommen? Wie entsteht die Frucht? Und auch da müssen wir sehen, wenn ich von Gott gebe, dann nehmen wir Christus hier, der kommt und gibt an die Menschheit. Wie entsteht denn seine Frucht? Entsteht sie einfach durch sein Geben? Natürlich nicht. Weil damit würde ja der Grundsatz, dass Vertrauen notwendig ist, um Frucht zu bringen, aufgehört, aufgelöst werden. Also Jesus braucht das Vertrauen. Der Mensch, der mir gibt, der mir Gottes Gaben zuführt, der muss sie sogar nehmen. Und er nimmt sie durchs Vertrauen. Und dadurch erwächst die Frucht. So, die Frucht ist das Ergebnis des Vertrauens dessen, ihn von wem er nimmt. So, jeder, der Jesus vertraut hat und von ihm genommen hat, was ist mit ihm passiert? Ein jeder wurde nicht nur gesund, aber jeder, der im Vertrauen geblieben ist, hat das ewige Leben ererbt. Jeder wurde ein weitergleicher, derselben Sache, die er von Jesus genommen hat. Und so wurde er ein Diener und er hat das Vertrauen anderer gewonnen. Wir gewinnen nicht das Vertrauen an uns, für uns. Wir müssen Vertrauen gewinnen, aber nicht für uns, sondern für Gott, weil wir sind ja die Vertreter Gottes. Und so hat Jesus Vertrauen gewinnen müssen, bevor die Frucht entstand im Leben dieser Menschen. Ein jeder Mensch, der von Jesus genommen hat, der ihm vertraut hat, hat eine gute Frucht gebracht. Anders ist es nicht möglich. Wir können alle Beispiele durchschauen. Es sind nicht die Taten Jesu letztendlich, die die Frucht direkt herausbringen, sondern es ist das Vertrauen des Menschen, der von ihm das nimmt und sagt, Herr, ich vertraue dir, du kannst mich heilen, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Und Jesus hat gesagt, ich will. Und dann entstand die Frucht, weil da Vertrauen war. Keine Frucht kann entstehen, wenn Jesus gibt. wenn er alles, was er vom Vater genommen hat, gibt. Aber man bringt ihm Misstrauen entgegen. Und das ist die Gruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das sind und viele von den Priestern, das sind die Heiligen, die die haben Jesus angeguckt. Woher kommt dieser? Wir kennen seine Eltern. Der kann doch nicht von Gott kommen. Aus Nazareth kommt kein Prophet. Sie haben die Schriften studiert, aber mit welcher inneren Haltung? Johannes 5 zeigt weiter auf die Haltung der Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie haben aus menschlicher Ehre gesucht. Sie haben die Bibel durchforscht, aber sie haben Jesus darin nicht gefunden. Interessanterweise. Er sagt, ihr forscht in der Schrift und wollt das ewige Leben darin haben, aber zu mir kommt ihr nicht, der ich ja die Erfüllung der Schrift bin. Das passt nicht zusammen. Sie haben Misstrauen entgegengebracht. Konnte Jesus diesen Menschen helfen? Natürlich konnte er ihnen nicht helfen. Es entstand keine Frucht. So, die Frucht ist also abhängig davon, dass der andere es übernimmt. So entsteht sowohl die gute Frucht als auch die schlechte Frucht. Beide Früchte entstehen so. Natürlich werden wir alle geboren als schlechter Baum. So beeinflussen uns die schlechten Dinge viel schneller und viel leichter und wir werden noch zorniger, wie wir sind. Wir werden noch eifersüchtiger, wie wir sind. Wir werden noch kränker, wie wir sind, dadurch, dass wir uns beeinflussen lassen, das heißt, von anderen Menschen übernehmen. Wir bringen auch Frucht, aber das, was wir übernehmen, bringt in unserem Leben etwas Schlechtes. So, beide Früchte entstehen auf gleiche Weise. Die gute noch die schlechte. Allein, dass wir schon in der schlechten sind, dass wir schon auf die Welt kommen als schlechte Bäume, also können wir nur Böses und Schlechtes hervorbringen. So, man misst Jesus nicht daran, wie viele ihn angenommen haben oder wie viele ihn abgelehnt haben. Weil wenn man ihn daran messen würde, dann hätte er natürlich im Vergleich mehr verloren als gewonnen. Aber Jesus ist gekommen, um eine Frucht zu bringen, eine gute Frucht. Und alles, was er getan hat aus seinem Vater und an jeder, der das aufgenommen hat, zu allen Zeiten, vor ihm und nach ihm bis heute, in dessen Leben sieht man einen Unterschied. Da kommt seine Frucht der Liebe heraus und da kommt auch Leben. In dem Leben derer, die Jesus misstrauen, die seine Botschaft nicht annehmen, da kann keine Frucht entstehen. So, das ist der Grundsatz, wie die Früchte entstehen. Die Früchte sind nicht die Taten, sondern das, was aus den Taten wird, wenn die Menschen sie annehmen. Wenn die Menschen sie nicht annehmen, wird nichts aus den Taten. Es entsteht keine Frucht. Aber die, die ihn annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also Jesus, jeder, der ihn angenommen hat, ist ein Kind Gottes geworden. Das heißt, aus ihm sind gute Taten entstanden worden. Und jeder, der das übernommen hat, der ist errettet worden. Der hat von der Frucht genommen. Und jetzt haben wir die andere Stelle, die böse Frucht. Wie entsteht sie? Sie entsteht auch so. Nämlich dadurch, dass der Mensch von einem Menschen nimmt. Dass er sich von der Selbstsucht überwinden lässt. Und durch diese Überwindung führt das zu dem Tod. Er übernimmt etwas, was nicht Leben führt. Deshalb gibt es zwei Arten von Gemeinden oder zwei Arten von Menschen in der Gemeinde, zwei Arten von Arbeit. Es gibt die, die aus dem guten Boden, nämlich aus Gott heraus arbeiten und handeln. Und jeder, der ihre Botschaft annimmt, der wird besser. Es kann nicht anders sein. Ich messe meine Botschaft an dem, wie die Menschen, was mit den Menschen passiert, die das tun, was ich ihnen vorschlage zu tun. Und es noch keiner von allen, die das angenommen haben, schlechter geworden, aber jeder ist besser geworden. Die Beziehungen untereinander werden besser, die Gesundheit wird besser, alles wird besser, wenn man den Grundsätzen des Wortes Gottes folgt, die auch ein Mensch, so wie ich, ein kleiner Mensch verkündigt, sie weitergibt. Man nimmt ja nichts von mir an, man nimmt es ja von Gott an, man gibt mir das Vertrauen, man gibt Gottes Vertrauen, indem man das annimmt und tut. Jeder, der die Botschaft richtig annimmt, der wird anders. Der, der sie nicht annimmt, der kommt nicht in Frage, der bringt keine Frucht. Dem kann ich noch so viel sagen, aber ich muss mich daran messen und verstehen, was führt mein Werk zu welcher Frucht? Was macht es im Leben anderer, wenn die das umsetzt? Es ist freudig zu sehen, es verändert ihr Leben zum Guten, Familien werden heil, Beziehungen werden wunderschön und die Gesundheit des Körpers stellt sich ein. Und das ist schön zu sehen. Es ist nicht meine Frucht, es ist die Frucht des Geistes. Aber ich bin der Glückliche, der es weitersagen kann. Aber jetzt haben wir auch die anderen, die auch nach außen Gutes tun. Sie verkündigen das Gute den Menschen. Aber was passiert mit deren Frucht? Das heißt, es gibt Menschen, die haben eine Sonderbotschaft und dann guckt man an, was passiert mit denen, die sie aufnehmen. Sie werden aufgewühlt, sie werden zerrüttet, sie gehen in eine Richtung, die nicht gut ist. Wenn man die Menschen sehen, die mit gewissen Sonderlehren, welche auch immer es ist, über den Heiligen Geist, über das Heiligtum, über das Essen, über das Trinken, was auch immer eine Sondersache ist. Wenn die Menschen das aufnehmen, dann wird es anstelle besser schlechter. Und daran kann man sich erkennen, ist man einer, der einen guten Samen sät, aus der eine gute Frucht entsteht, oder ob man jemand ist, der einen schlechten Samen sät. Ja, die, die nicht annehmen, die es ablehnen, die bleiben, wie sie sind und werden vielleicht noch schlechter. Aber die, die es annehmen, die werden alle besser. Und ich hoffe, dass wir diesen Grundsatz verstanden haben, dass an den Früchten kann man und wird man erkennen, ob mein Werk richtig ist oder nicht. Und ich kann auch sehen an anderen, ob deren Werk von Gott kommt oder nicht. Weil ich kann ja sehen, ihre Taten mögen wunderbar sein, aber was tut die Tat, wenn es jemand aufnimmt in seinem Leben? Und es gibt noch einen Aspekt, den wir nicht vergessen müssen, bei dem ganzen Frucht bringen. Eine Frucht muss reifen. Eine Frucht entsteht nicht aus einer Tat, sie entsteht nicht aus einem Tag, sie hat einen Reifungsprozess. Und am Anfang sehen beide Früchte gleich aus. Man kann während des Prozesses des Wachstums der Frucht nicht wirklich sehen, wo sie hinführt. die Frucht des Fleisches und die Frucht des Geistes. Wann kommt sie raus richtig? Wann wird es sein, dass man sie richtig unterscheiden kann? Jesus sagt, sie muss reifen. Was bringt sie zur Reife? Es ist die Zeit und es ist die Not, die Krise. Man kann deshalb nicht sofort sagen, wenn das Werk eines Menschen beginnt etwas zu tun, am ersten Erfolg oder am ersten Misserfolg sagen, das ist nicht das Richtige. Nein, ich muss sehen, auf die Zeit, bewährt es sich und bewährt es sich als gut. Und was es dann auf jeden Fall hervorbringt und den Unterschied macht zwischen der Frucht des Gleiches und des Geistes, ist die Krise, ist die Not, das Elend. Dann erkennt man, ob man für sich handelt oder im Auftrag. Jesus handelte im Auftrag seines Vaters. In wessen Auftrag handelst du? Amen.